FUNKHAUS EUROPA Begab, die FUNKHAUS EUROPA PARTY Murat Ertel, Babazula, FUNKHAUS EUROPA 2011, Begab Babazula's roots are deep in relation with Anatolia, Trace, Aegean, Mediterranean It has also some shamanic roots FUNKHAUS EUROPA We are not very interested in Ottoman culture We are very interested in the counter-Ottoman culture We are very interested in the people that has revolted against the Ottoman And that has been against the ruling section for the Ottoman We are feeding from both Istanbul and Anatolia FUNKHAUS EUROPA Die Konzerne sind sehr ritualistisch. Wir spielen mehr instrumentalistische Musik. All kinds der Disziplinen in unsere Art. Musik 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 Es ist sehr stark in der Türkei. Wir haben einige verrückte Rhythms. 9-Bit, 5-Bit, 7-Bit. In Europa nur 4. In der Türkei sind sie 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 9. 8-Bit, 7-Bit. 10-Bit. 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 11-Bit. 11-Bit. Wir entwickeln ein völlig neues Genre. 15-Bit. books erf Kohlenus 10-Bit. 10-Bit. 379-1. 10-Bit. 10-Bit. 11-Bit. 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 Es ist niemals die Tradition. Es erzeugt etwas Neues aus. Die Ausbildung der Europäischen Union ist viel mehr intellektuellen als die Balkan oder der Türkei. Sie schauen auf die Internet oder die Bücher und die Musik zu hören. In den Balkan oder Anatolien, die Menschen mit der Natur und kulturellen Instinkt mit Baba Zula verbinden können. Baba Zula, die Menschen mit der Natur verbinden können. Die Menschen mit der Natur verbinden können können. Die Menschen mit der Natur verbinden können 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 können. Die Menschen mit der Natur verbinden können 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 können. Mit der Natur überzeugen können 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 kann adaptive undublikan heraus impact. Bis zum nächsten Mal.